Ich möchte etwas sagen über meine besten drei Freundinnen seit der Highschool. Oh, und ohne diese drei Frauen wäre ich heute nicht hier. Das und die bipolare Medikation. Ich weiß das von dir und Phil. Hör bitte auf, da läuft gar nichts zwischen Phil und mir. Hatten Sie schon mal Probleme damit? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen noch ein paar Untersuchungen machen, um zu wissen, was da los ist. Sagtest du Frostschutzmittel? Ja, aber es müsste eine alte Flasche sein oder eine spezielle Bestellung. Ich würde damit meine Freundin betrügen. Ich gebe dir eine halbe Million Gründe, es zu tun. Es geht hier nicht um Geld. Es geht immer um Geld. Ich verstehe noch nicht, warum er dich umbringen wollte. Na ja, ich denke, dass er an mein Geld wollte und mit jemandem abhauen. Mit dem? Mit einer von euch. Schatz, bin zu Hause. Oh mein Gott. Bist du okay? Hast du dich verletzt? Nicht mein Blut, das ist Philz. Oh, was hast du denn vor? Willst du uns alle umbringen? Sollte ich. Oh mein Gott! Gloria, stopp! Gloria, stopp! Sie's live! Er ist года. Sie ist auch! Sie ist jetzt! Sie sind!